In einem Podcast plaudert Manu Reimann aus dem Nähkästchen und verrät unter anderem, wann mit der TV-Doku Schluss wäre. Viele Jahre ist es her, da sind die Reimanns dank ihrer Auswanderung in die USA deutschlandweit bekannt geworden. Punkt zu verdanken haben sie das einer Doku, die auch heute noch als Willkommen bei den Reimanns bei Kabel 1 im TV zu sehen ist. Punkt seit 8,5 Jahren zeigen Manu und Conny ihren Alltag aber nicht mehr aus Texas, sondern aus ihrer Wahlheimat Hawaii. Manu Reimann, diese Szene durfte im TV nicht gezeigt werden. Punkt in dem Podcast nebenan. Kennste? Von Vera Stölzel-Hegemann spricht die Zweifach-Mama über die Dreharbeiten zur Sendung, die Trennung von ihren Kindern und ein mögliches Ende ihrer TV-Karriere. Punkt in wenigen Wochen werden wieder neue Folgen der Sendung im Fernsehen zu sehen sein. Dann bekommen die Fans erneut einen ungefilterten Einblick in das Leben des Paares. Doch nicht alles, was gedreht wird, landet auch in der Sendung, wie Manu nun verrät. Die Reimanns dürfen sich die Videoaufnahmen vorher anschauen und im Zweifel ein Veto einlegen, vorgekommen ist das aber fast nie. Punkt ein einziges Mal in diesen ganzen Jahren haben wir eine Szene ein bisschen entschärft, enthüllt die Blondine. Dabei habe es sich um eine Szene auf einem Boot gehandelt. Die Zuschauer, innen wissen, Manu hat großen Respekt vor dem Meer und vor allem dem Wellengang. Punkt bei den Dreharbeiten kam es zu einem besonders heftigen Wellengang. Der TV-Star geriet in Panik und musste sich auf den Boden des Bootes setzen. Irgendwann habe ich angefangen zu schreien, erinnert sich Manu. Das habe daran gelegen, dass ein anderes Boot ihrem zu nah gekommen seien. Punkt dieser Kontext sei im Schnitt aber nicht ersichtlich gewesen, weshalb die Szene schließlich herausgeschnitten wurde. Manu spricht über Ende ihrer TV-Karriere, im Podcast spricht Manu außerdem über die Trennung von ihren beiden Kindern. Punkt während Jessen in Texas lebt, hat sich Janina mit ihrer Familie ein Leben im Portland aufgebaut. Punkt dass die beiden mit ihren Eltern nach Hawaii gehen, sei aus vielen Gründen, darunter zum Beispiel die hohen Kosten, keine Option gewesen. Doch auch Manu und Conny könnte es schon bald wegziehen. In den neuen Folgen wird auch ein Abschied von Hawaii und ein Umzug auf die Fiji-Inseln diskutiert. Ob es soweit kommt, wird sich im Herbst zeigen, wenn die neue Staffel im TV zu sehen ist. Punkt übrigens, dass die Reimanns bald nicht mehr vor der Kamera stehen, darüber müssen sich die Fans keine Sorgen machen. Solange sie Spaß an ihrer Arbeit hätten, werde es weitergehen, verspricht Manu.